Ich höre mich nicht. Und wir sehen eine Paarung zwischen Celilia Yildiz und Harutunjan Haik. Wir sind hier in Koblenz in der Rhein-Mosel-Halle. Die Orion-Fight-Gala von Veranstalter Ali Pelivan findet hier zum ersten Mal statt. Und es gibt einen bunten Mix aus Box- und Kickbox-Kämpfen. Und wir starten hier direkt mit einem Fight. Dreimal zwei Minuten. Haik hier mit einem sehr beherzten Beginn. Yildiz muss sich da wilder Angriffe erwehren. Geh jetzt mal raus aus Ege. Brauch! Geh jetzt, super. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.